Nein, ich wäre eben für Winterschlaf. Steht ihr frei? Die Tiere machen das ja. Die Natur hat das ja eigentlich eingerichtet. Ja, aber gewisse. Die gescheiden. Einige Tiere machen den Winterschlaf. Und dann wachst du irgendwann rein im November, Dezember. Und dann verwachst du und dann ist Frühling. Und dann lässt du einfach den fucking Winter aus. Das ist nicht so blöd. Wir müssen einfach sehr lange Aufnahmen von Space Night haben. Und sie müssen aufhören zu shooten während des Winters. Wenn die dann verwachen, dann haben sie ja keine Muskeln und nichts mehr. So der Bär aus der Höhle. Ja, kommt darauf an, wie intensiv du träumst. Aha, so wie die Hunde, die mal so zuckern noch vielleicht. Ich weiss nicht, ob der dann träumt. Der Hund? Oder der Bär im Winterschlaf. Die Frage ist, von was träumt er? Von was? DSF Sexy Clips. Wahrscheinlich. Space Night. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Neu ist die Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Meme. Zicke. Und mit der Nummer 13, der Tor. Wiesel. Nein, diese Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Wir haben Besuch aus der Fernkurve. Ein alternder FC St. Gallen-Ultra. Der Dominik Eisenring. Hallo. Ich kann man schon sagen, für ein Ultra bist du noch so eine Zielgruppe? Fankurve FC St. Gallen? Oder bist du nicht langsam oben raus? Mö, ich bin schon langsam oben raus. Aber es hat schon viele Leute in meinem Alter, die noch aktiv dabei sind. Ich bin nicht mehr so aktiv dabei in den Kurven. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt kein Alter, das sagt, jetzt ist es fertig. Es gibt kein Pensionsalter für Kurvengänger. Ich wollte eine Frage, haben die auch so eine Seniore-Residenz innerhalb der Kurve? Die Alten sind dann mehr dort. Also die Alten in der Kurve. Ja, das gibt es schon auch. Ja, dann geht man immer mehr auf die Seite, oder? Ja, genau. Und irgendwann findet man, hey, sitzen wäre eigentlich auch noch lässig. Genau. Dann kommen die Kinder und dann noch. Dann kannst du am Decken. Bist du schon am Sitzen, oder stehst du noch? Ich stehe beim Sitzen. Also ich gehe mit dem Sohn noch in den Familiensektor, der ist eigentlich gar nebenan. Dort ist das Sitzen, aber wir stehen da eigentlich schon auch. Eher Sache. Ja. Gut. Es gibt gerade ganz viele aktuelle Diskussionen rund um Fankurven, auch um Fankwalt. Während wir alles noch dazu kommen, wir wollen ein bisschen in solche Kurven hineinschauen. Du sagst uns, was du darfst sagen. Du darfst nicht alles sagen, natürlich. Das respektieren wir. Ich möchte aber zuerst mit dem Positiven anfangen. Sportlich läuft es gerade im FC St. Gallen. Wie erlebst du gerade die letzten beiden Spiele, die waren noch gut? Kassel und IPEG-Schlag. Ja, die letzten beiden waren eigentlich sehr gut. Vom Spielerischen her, ja, ich spiele mir immer so ein bisschen, bei einem, ich sehe gerne, wenn man auf Junge setzt, wo ja der FC St. Gallen eigentlich unter Peter Zeidler macht. Ich habe ja gerne Offensivfussball, das machen sie auch. Das Einzige war immer auch klein, sie waren durchschaubar in den letzten paar Spielen. Es war ein bisschen einfacher, als Gegner, zum Wissen immer der Gegenpressing und dann die schnellen Konter fahren. Man hat, ich finde, in den letzten beiden Spielen das nicht nur noch gemacht, sondern immer wieder ein bisschen stückgewiss. Er hat mehr den Ball auch ein bisschen in den Mittelfeld laufen lassen. Und ja, jetzt sind wir wieder auf der Erfolgsspur und ich hoffe, wir bleiben da auf der Erde. Gut, im FC St. Gallen sind die grossen Gegner immer schon ein bisschen besser gewesen als die kleinen. Ist das nachhaltig die Entwicklung, dass es im FCSG gerade läuft oder ist das eins von der Strohfeuer? Ja, es sind halt zwei Spiele gewesen und eins davon hat nicht mal für die Meisterschaft gezählt. Die Gap ist natürlich auch schön, wenn man dort weiterkommt. Aber die Meisterschaft ist natürlich das, was schon ein bisschen mehr zählt. Und von dem her ist jetzt einfach die Serie jetzt gerade mal ein Sieg. Das ist jetzt noch nicht so eine unglaubliche Serie. Aber es kann sein, dass sie, also am Anfang sind sie ein bisschen unter Wert geschlagen gewesen und jetzt sind sie wirklich vor allem auch stabiler. Und das war, glaube ich, sehr wichtig für den FC St. Gallen. Also ich glaube, gleichzeitig ist aber auch die anderen, die dort unten stehen, kommen auch ein bisschen besser im Fahrt. Darum heisst es nicht unbedingt, dass die FC St. Gallen gerade bis vorne stürmen wird. Das ist unglaublich. Also die Liga ist super gut aufgestellt. Gerade vorne ist es spannend mit drei Top-Klubs, die sich gegenseitig irgendwie den Punkt abnehmen. Hinten und raus ist jetzt eine immer ganz abgeschlagen. Das Mittelfeld ist gross. Wir sehen jetzt im FC St. Gallen, also es braucht relativ wenig, um plötzlich wieder im Mittelfeld zu sein und nicht mehr ganz hinten rumtümpeln. Und die Spiele sind auch geil. Also ein paar sensationelle Spiele geben mit hin und her und viel Goal und so. Das ist super. Rechnen wir schon mit dem Goethe-Finale, St. Gallen? Es ist wieder mal so leicht wie schon lange nicht mehr. Also der Zeidler hat offen gesagt, wir rechnen mit dem Goethe-Finale. In diesem Fall rechnen wir auch damit. Also, was der Zeidler sagt, das gilt für St. Gallen. Nein, aber ja, also die Chancen zum Wiedereinkommen stehen es sehr gut, wenn ich noch schaue, wer alles da drin ist. Ja, Etualt Gauchus ist halt noch da drin, gell? Ja. Der Biel in Verdun. Ja. Supergab. Thun. Ja, und von der Super League Lugano, Luzern und St. Gallen sind jetzt nicht die Top-Top-Top-Klubs, wo es noch... Es ist eigentlich die Hinterhälfte der Tabelle. Eigentlich, ja. Bis vor kurzem war es wirklich noch die Hinterhälfte der Tabelle. Also Platz 1, 2, 3 und 5 sind Duss. Also wenn, wenn, wenn nicht diese Saison... Wobei, letzte Saison... Letzte Saison... Das sagen alle, die noch drin sind. Wenn, wenn nicht jetzt. Es war letztes Jahr auch so. Ja. gegen Luzern im Köpfenal. Es hat eigentlich gut ausgesehen. Ja, aber dort haben wir jetzt nicht gut gespielt. Nein. Wie ist das für dich? Also der FC St. Gallen ist ja so ein Paradebeispiel von einem Verein, wie es viele gibt in der Super League, dass man immer wieder viel Wechsel hat, dass sobald es gut läuft, wie man Kintia, dass er weg ist. Demirovic, Eitzen, sobald sie mal eine gute Saison gespielt haben, sind sie wieder weg. Kennst du den ganzen Kader des FC St. Gallen? Bist du vertraut mit allen Spielern? Oder musst du dich haben wir noch jede Saison wieder neu hineinschaffen? Nein, also ja, nein, man weiss, wer geht und wer kommt. Und dann ja, weiss man eigentlich wieder, welche Spieler, dass sie in der nächsten Saison da sind. Beim FC St. Gallen weiss man ja auch, dass relativ viele Spieler auch ausgelenkt sind. Wo man auch wieder weiss, wie so ein Diakrité wird wieder zurückgehen. Ich nehme jetzt nicht an, dass es dort eine Kaufoption gibt. Und wenn, dann wird irgendwann der Preis zu hoch sein, um zu zahlen für uns. Das war auch bei dem Dimirowicz so. Aber solange man wieder Junge nachholen, auch wenn sie nur rausgelehnt sind, dass man wieder eine Mannschaft formen kann. Das ist einfach immer schwierig, dass man die richtigen Typen von Spielern zusammenbringt. in dieser Saison braucht es etwas länger oder brauchen etwas länger. Aber ich glaube schon, dass auch die werden irgendwann kompakt oder noch kompakter auftreten. Aber es ist schon ein bisschen mühsam. Immer wieder musst du von vorne anfangen. Ich stelle mir das auch als Trainer relativ schwierig vor. Wenn du nicht langfristig mal etwas aufbauen kannst, weil die Mannschaft einfach so massiv sich ändert von Saison zu Saison. Ja, aber ich glaube jetzt bei St. Gallen, ich würde jetzt sagen jetzt Ibe oder Basel, wo immer wieder oben mitspielt, immer europäisch mitspielt, dort sollte du ein breites Kader haben und schon immer ein bisschen schauen, dass du die Spieler behalten kannst. Der FC St. Gallen finde ich eher ist ein Ausbildungsklub, bringt gute Junge raus, jetzt seit Zeidler Hüppi und Sutter dort sind. Man baut eigentlich auf die Jungen, auf den eigenen Nachwuchs, und somit hat man eigentlich nicht man holt neue Spieler vom Ausland oder so, sondern man holt aus einem eigenen Nachwuchs, den man begleitet hat, wo man gesehen hat, wie sie in der U21 spielen, in der U19. Und ich finde das eigentlich richtig. So geht es mit der Identifikation natürlich auch noch als Fan-Kurve, dass du dich dann mit eigenen Junioren noch eher identifizieren kannst, weil die schon ein bisschen länger im Klub sind. Sushi ist ja relativ schwierig, als Fangruppierung in der Kurve zu stehen. Und jedes Jahr sind in den neuen Namen irgendwelche ausgelehnter Spieler von anderen Klubs in der Mannschaft. Ja, und es ist vor allem in dem Ausmass, wo das halt in der Schweiz ist. Also wenn du dich in St. Gallen anstiegst, ich habe glaube, ich weiss nicht mehr genau, acht Abgänge oder so gehabt und ich glaube zwölf Zugänge. Also nur schon jetzt in dieser Saison. Und natürlich sind dort auch einzelne dabei, die neu kommen, die aus der eigenen Mannschaft kommen. Und es ist natürlich schön für die Identifikation. Ist das immerhin nur so ein kleines Zückerchen, wenn du sagen kannst, okay, gut, dafür kommt ein Besio mal hoch. Dann hast du so einzelne Spieler, die du noch da hast. Aber der ganze ist halt schon, du weisst, sie kommen, die Filze sind ausgelandet und sie werden wieder gehen. Und ich frage mich als Fan, von was bist du schlussendlich noch Fan? Ich mache jetzt gerade ein Buch über alle Paninialben, die sie in der Schweiz gegeben hat. Und dann musste ich ein Glossar erstellen von jedem Jahr, von jeder Saison. Die Spiele gehst du auch durch die St. Gallen Seiten durch, so in den 80er-Jahren. Da ist einfach jedes Jahr die gleiche Mannschaft. Ein oder zwei, die ändern. Da kannst du noch verstehen, ich bin jetzt Fan von denen, ich finde jetzt der Jersi Gorgon super oder ich finde der Roger Heghi super oder wer auch immer da dabei war. Dann kannst du sagen, ich habe einen Bezug zu denen, ich kenne die, die sind lässig, die füren ich an, gute Typen, sie spielen so, ich finde die lässig und du hast den Trainer. Und jetzt bist du eigentlich nur noch von der Hülle Fan, weil der Inhalt ist komplett anders. Also ich habe, sagen wir jetzt, ein St. Gallen-Fan wäre vor drei Jahren in ein Coma gehalten. Dann wäre ich jetzt wieder aufgebracht, gehe das Spiel schauen. Kein keiner mehr. Also ich glaube, Babic ist vielleicht schon da gewesen, der ist wahrscheinlich noch bei den Junioren da gewesen, vielleicht der Lüchinger, vielleicht als einzigen in drei Jahren. Das heisst, der Älteste, der am längsten dabei ist und nach denen ist vielleicht so ein Ruiz oder so, irgendjemand, der seit zwei Jahren da ist. Das ist schon krass. Kann man dann noch Fan sein von dem. Einfach von dieser Hülle. Von was ist man Fan? Von der Mannschaft, vom Verein? Von sich selber? Ja, ja. Delibriert man sich als Kurven vor allem selber? Ja, nein. Ja, wir führen uns schon selber. Oder die Kurve führt sich schon selber. Aber in St. Gallen, ja, man ist einfach Fan vom FC St. Gallen. Also ich weiss nicht, da wird er irgendwie eingetrichtert, schon als Kind. Ich meine, mein Sohn hat keine andere Möglichkeit. Nötigung, Nötigung. Es gibt keine Wahl. Und so geht es wahrscheinlich noch die Bahnen. Nein, man sieht es auch in den Zuschauerschnitten. Man kann 20 Jahre zurückgehen und man hat eigentlich immer den gleichen Zuschauerschnitten gehabt. Und das hat für mich schon auch damit zu tun, dass einfach die ganze Stadt hinter einem Verein steht. Man steht eigentlich hinter einem Verein. Hinter der Marke, hinter dem Roku, hinter dem FC St. Gallen. St. Gallen. Es ist egal, wer Präsident ist, es ist egal, wer auf dem Platz steht. Ja, es kommt schon ein bisschen darauf an, wer Präsident ist. Also wir haben ja auch nicht nur Supertypen in der Führungsriege gehabt. Aber jetzt, gerade momentan, unterstützt man schon auch den ganzen Verein. Weil man ist auch näher, oder? Sie haben viele näheren, also die Fans und der Verein ist wie näher auch zusammengeguckt. jetzt seit der Hüppi. Aber so Charaktergrinden wie ein Gürtler sind wahrscheinlich schon noch wichtig, auch so als Identifikationsfiguren, auch für die Fans, oder? Einer, der sich auch verreist, einer, der doch schon zwei oder die dritte Saison bei St. Gallen ist. Einer, der auch bleibt, obwohl er auch hätte in die zweite Bundesliga wechseln können. Ja, und der bleibt bei St. Gallen. Und er hat unterschrieben bis zum 26. Ich glaube auch, dass er bleibt. Für uns ist es sehr wichtig. Also bei uns wird ja eine Gretsche genau gleich gefeiert wie ein Goal. Und darum ist eigentlich der Kampf in St. Gallen wichtig. Also einer, der Ballettfussball macht, ist sicher am falschen Ort bei uns. Ja, wo halt bei jedem, ich sage jetzt so ein Krimenor, wo immer rumkallt, der regt sich in der Kurve schon ein oder anderer auf. Das kennen wir so nicht beim FDSN Gallen, dass wir einfach schnell stolpern und dann tut einem das Bein weh. Obwohl weit und breit kein Gegner gesehen sind. Ja, so bist du dann noch nicht. Das ist schon recht gut. Das kann ja relativ gut sein. Das ist wirklich schwierig zum zuschauen. Teilweise. Ich mache es einfach nicht. Es ist so sinnlos. Ich möchte noch von euch aktuellen Präsidenten kommen. Sagen wir mal, wie bist du in die Kurve gekommen? Wie kommt man in die Kurve? Und zwar, ich meine jetzt nicht einfach als normaler Zuschauer, der auch mal so ein bisschen die Nähe der Kurve steht, sondern du bist ein aktives Mitglied. Man kann sagen, ohne die Gruppierung zu nennen, von einer von den ältesten noch praktizierenden und von den grössten noch praktizierenden Fangruppierungen in der Kurve. Wie kommt man dort rein? Oder wie bist du dort reinkommen? Ja, also bei uns ist es so gewesen, wir sind früher einfach immer schauen und eben wir sind damals schon acht bis zwölf, 15, 20 Leute miteinander gegangen. Aber wir sind immer in so einem altwürdigen Espenmois in so einer Ecke gewesen. Ja, dort haben sich alle auch ein bisschen getroffen, die gerne mal eins geraucht haben. Und man hat dort eigentlich nie aktiv mitgefiebert, mitgefähnert, mitgesungen, aber man ist nie mehr so im Kern vorne gewesen. Und 2002 hat es dann die Gründung gegeben, wo wir ein, zwei Leute kennengelernt haben. Und dann ist man eigentlich wie, man ist immer mehr in die Mitte geguckt, man ist mal ein Spiel in die Mitte zu schauen und ja, so ist man dann eigentlich wie reingehoogt. Und dann bist du oftmals dabei gewesen und dann, ja, bei uns ist es dort zumal, es sind nur so wenig gewesen, oder man hat eigentlich kein Aufnahmeritual gehabt oder gesagt, du musst da machen, dass du dabei bist. Jetzt schon, heute? Ich könnte nicht bestätigen, weiss ich nicht. Wie sieht dann die Gründung aus? Also haben Sie so eine Gründungsversammlung gehabt und Statute und Abstimmung und wie soll man heissen? Nein, das sind einfach ein paar, ja, die haben sich ein paar zusammentun und gesagt, du, machen wir eine Fangruppierung, weil die, die es hat, die sind nicht, fühlen wir uns nicht verbunden oder kennen wir niemanden und dann haben sich die eigentlich selber zusammengetan und dann hat es geheissen, so heissen wir und man hat dann noch ein bisschen an dem Namen herumgestudiert und dann sind eigentlich, ja, nachher immer mehr und mehr und mehr dazukommen, oder man ist eigentlich immer gewachsen, überall die Jahre. Wie ist das damals, also ich sage mal, Ende 90er, Anfang 0er Jahr reden wir da etwa wahrscheinlich, es war ja gerade die glorreiche Zeit vom FD St. Gallen mit den Meistern. Mote Fans. Ja, es ist nur, ich habe gerade im aktuellen 12 ein grosses Porträt zum Rainer Bieli, der auch mal kurz St. Gallen gespielt hat und der sagt, ich weiss nicht, was hat er genau gesagt, ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber er hat gesagt, also St. Gallen Fans sind jetzt nicht vorsichtig ausdrückt, seine liebsten Fans gewesen, zu derer Zeit sie sind nicht nett gewesen mit ihm. Er hat sich weniger vorsichtig ausdrückt. Er hat sich recht offensiv vorbereitet. Was er dort erlebt hat, gehe ich eigentlich auf keine Kuhhut. Man könnte ihm heute irgendetwas erzählen von St. Gallen, und dann glaube ich sofort, die Fans sind so primitiv, das habe ich sonst nie erlebt. Rainer Bieli, seine Worte. Wie hast du das erlebt? Das ist ja gerade etwa... Das war gerade die Zeit, ja. 1 nach dem Meistertitel. 2001, 2 Jahre. Dort, wo ihr euch gründet habt. Dort, wo er von Aarau gekommen ist. Ist nicht nachher nach Aarau gekommen? Ist nachher gegangen. Ist nachher gegangen, ja gut. Also ich weiss nicht, vielleicht hat das einen Zusammenhang, seine Äusserungen und die Gründung von eurer Fälber. Nicht? Nein, 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 nein. Also das könnt ihr nicht bestätigen. Nein. Klar, man sollte schon auch ein Spiel geben, wo nicht immer alles sicher okay gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist, ich würde jetzt sagen, das ist in St. Gallen anders als in Zürich oder in Basel oder in Bern. Ja, aber es ist schon die Zeit, also vorher noch, das ist, die St. Gallen-Fans eher in der rechten Ecke zu Hause gewesen. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Ist das etwas, was euch gestört hat? Ja. Ist das mit dem Antrieb zu einer eigenen Gruppe zu gründen? Ja. Ja. Weil einfach physisch schon mal nicht aufgegangen, dass man irgendwelche Affengeräusche oder irgendwelche Sachen andere Menschen beleidigen, welche Hautfarbe, von woher runter, das spielt uns eigentlich keine Rolle. Und wir gehen ja dorthin, um den Verein zu unterstützen und nicht, um irgendwelche andere Leute fertig zu machen oder schlecht hinzustellen. Klar gibt es mal einen Arschloch oder andere Sprüche, aber wenn wir irgendetwas gehört haben, das in eine Wortwahl gegangen ist, die gar nicht geht, dann hat man auch eingreifen. Wie? Mit Ohrfeigen zum Beispiel. Ja, man hat mal geredet, es hat sicher auch Ohrfeigen gegeben, aber meistens schon mit Reden machen konnte. weil, ja, wir sollten es ja nicht unbedingt noch fördern, Gewalt und so. Es kommt auch noch nachdem der Amoa Sankara zum Meistertitel wie Kiel. Da ist es noch viel lieber. Hautfarbe ist auch nicht wichtig, wenn farbige Spieler ganz viele Goalschüsse für uns. Dann ist es uns nicht. Die selbstregulierende Kräftekurve, ich will auch gar nicht zu fest auf das Gewaltthema kommen, aber es ist einfach das, was jetzt gerade wieder heiss diskutiert wird. Es wird diskutiert, ob er Gästesektor eine ganze Zeit zumachen nach der Vorkommnisse im Derby. FCZ gegen GC. Das gleiche Wochenende, glaube ich, war es, als die St. Gallen-Fans in Luzern ein bisschen blöd da haben. Es ist sehr aktuell eine Verlautbarung von der St. Gallen-Kurve herausgekommen, die recht deutlich selbstregulierende Tendenzen hat. Ich lese jetzt nicht das Ganze vor, einfach so ein paar Ausschnitte, die ich sehr bemerkenswert finde, nach den feigen und sinnlosen Sachbeschädigungen und Angriffen auf die Polizei anlässlich des Auswärtsspiels in Luzern sehen wir uns gezwungen, wieder einmal an gewisse Verhaltensgrundsätze zu erinnern. Wie gesagt, es ist nicht der Klub, der das herausgegeben, sondern es ist die Kurve. Es sind Bus zerstört worden, zu Zern. Wer wegen Alkohol und Drogen oder erhofften Gewaltexzessen an die Auswärtsspiele fährt, ist definitiv falsch am Platz und soll sich gleich wieder verpissen. Die Notbremse ist kein Spielzeug und darf nur im äussersten Notfall betätigt werden. Das uns zur Verfügung gestellte Rollmaterial in Form von Zügen und Bussen wird mit Sorge behandelt und nicht mutwillig zerstört. Personen, welche in irgendeiner Form dafür sorgen, dass wir sicher und schnell an den Spielort und wieder nach Hause kommen, werden respektvoll und freundlich behandelt. Hierzu gehören insbesondere die KondukteurInnen, die BusfahrerInnen und alle anderen Menschen, welche sich freiwillig für diese Einsätze melden und uns damit das Ausleben unserer Fankultur ermöglichen. Wir sind als aktive Fanszene nicht länger bereit zuzuschauen, wie einige wenige Halbstarke unsere mühsam erkämpften Freiheiten leichtsinnig und fahrlässig aufs Spiel setzen. Gilt wahrscheinlich eins zu eins so auch für die FZZ-Fans. Man gehört ähnliche Wortmeldungen aus der Südkurve beim FC Zürich. Also es scheint schon, dass man da regulieren möchte, auch innerhalb der Kurve. Ja. Ja, es gibt halt einfach es gibt Sachen, das sind No-Go's sind schon bei uns früher No-Go's gewesen, eben wie gesagt, so Personal, wo freiwillig sich meldet, um zu arbeiten. Ich meine, nur schon die Überlegung, der kommt freiwillig, der opfert eigentlich seine Freizeit, um uns oder halt die Leute von A nach B zu chauffieren, sei es mit einem extra Bus oder mit einem extra Zug. Ja, wenn man dann anfängt, die Leute irgendwie anzugreifen oder mit denen zu pöbeln oder sich zu widersetzen, ja, finde ich, geht einfach nicht. Und es ist ja so, dass es immer ein kleiner Teil ist, es sind dann vielleicht acht oder zehn von 500, die eine Scheibe eingeschlagen haben. Und das muss man auch immer bei uns ein bisschen regulieren. Es geht schnell in den Kurven. Man weiss schnell, wer ist dabei gewesen, wer nicht. Gehört er zu irgendeiner Gruppierung oder ist einfach irgendeiner, der mit einem extra Zug mit ist. Da gibt es auch, der gerne mal grosses Müll hat, weil er das Gefühl hat, jetzt in der Kurve bin ich irgendwo durchgeschützt und merkt dann später schnell, dass er vielleicht nicht so geschützt ist, wie er das Gefühl hat. Und darum für mich, ich finde es gut, wenn sie es rausgegeben und auch, dass sie es selber wieder regulieren. Also du meinst, in der Kurve weiss man, wer es ist und die haben sie jetzt auch nicht so gemütlich innerhalb der Kurve, diejenigen? Wenn sie es wissen, dann sicher nicht. Und in meinen Augen, also wenn sie so läuft, wie es ein paar Jahre vorne gelaufen ist, dann wird es relativ schnell gehen, dass man weiss, wer es war. Wie erlebst du die Diskussion jetzt, wo es darum geht, Gästensektoren zu schliessen, um den Problemen, vor allem, es ist ja relativ oft auch auswärts, weil man sich dort vielleicht noch so ein bisschen narrenfreier fühlt als im eigenen Stadion. Ja, es war ja logisch, dass die Diskussion aufkommt, nachdem wieder etwas passiert ist. Und das ist halt, ja, man wäre immer nach Lösungen gesucht, was ist praktikabel und was ist nicht. Das ist halt einfach, Ausschliessen von ganz vielen ist halt einfach der einfachste Weg und das ist wahrscheinlich auch noch der, der politisch fast noch am einfachsten Mehrheit findet. Natürlich ist man, die für extrem viele Fussballfälle sind die Reise- und Auswärtsspiele auch etwas vom Geilsten, fast noch geiler als ein Heißspieler. Da hast du noch die Heißspiele und das ist super. Es ist extrem schade, wenn das so weit kämpft, dass das durchgesetzt werden würde. Und ich glaube, es ist jetzt so wirklich auch ein bisschen, also die nächste Phase ist einfach extrem entscheidend, wie dringend, dass die Öffentlichkeit findet, müssen wir jetzt etwas machen. Darum sind es so Sachen, so Statements, auch wenn das mit der Regulierung ja sowieso schon gemacht wird, egal ob man so ein Pamphlet rausgibt oder nicht, aber so als Signal wirkt gegen aussen ist es extrem wichtig, dass dann die, die das irgendwie mit dem politischen Vertreter sagen können, hey, schau doch, die machen im Fall wirklich etwas und jetzt machen sie mal etwas gegen aussen, dass das nicht immer nur gegen innen sozusagen reguliert wird. Darum sind so Sachen extrem wichtig, dass man vielleicht diesen Schritt noch verhindern könnte, weil das wäre wirklich nur das allerletzte Mittel, das eigentlich bleiben würde. Darum wenn jetzt noch in der nächsten Zeit, wie ich jetzt hoffe, in diesem Jahr und vielleicht sogar im nächsten Mal nichts wird passieren, dann hat man vielleicht noch Chancen, um das umgehen. Aber eben, es ist eine kritische Masse und in einer kritischen Masse, ich meine, wenn ich auch schon Partys organisiert und sobald du halt eine gewisse Menge an Leuten hast, hast du mindestens auch einen Anteil an Idioten. Ja, erst Mai, jede Erstmai-Kundgebung in Zürich, oder? Und darum ist halt eben nichts passiert. Ja, du kannst 100'000 Leute im Griff haben und einer macht einen komplett Scheiss und nachher heisst es halt gerade im Fussball-Fan-Bereich heisst er wieder, ja, die Fussball-Fans, seht ihr? Gut, beim FC Zürich sind es doch relativ viele. Und dort hat eben auch so etwas zum Beispiel gefehlt, dass man dann, dass dann Kurven so wirklich gegen aussen so... In dem Moment gerade, ja. In dem Moment hat es dann, also das ist das erste Mal einfach nichts gekommen. Also ich weiss, ich weiss noch ein bisschen bei der FCZ-Kurve, dass die dort wieder Fliehen verteilt werden sind dort wieder und es wird der Kapo sagt noch mal Jungs... Aber gegen aussen, weisst du, gegen aussen ist es ein Signal. Es ist ja nur Signalwirkung, aber die müssten dann eben gerade kommen. Wie hast du das als St. Galler erlebt, die Vorkommnisse im Derby, wo doch ein paar mehr als drei, vier, eher junge FCZ-Fans aus der Südkurve von aussen zum Stadion aus, einer wieder rein sind und nachher die ganzen Petarden sind gegangen in die KZ-Fans? Ja, eben, ja... Dort ist es auch ein bisschen Sicherheitskonzept in meinen Augen, das nicht vonhebt. Also wenn ich als Fan aus dem Stadion kann und im Familiensektor wieder rein nach dem Spiel, ja, frage ich mich dann schon, wo ist die Sicherheit, oder? Ich meine, eben im Familiensektor Hockey, ja eigentlich jetzt, oder? Und dann überlege ich mir, dann kommen da so 70, 80 von Monti. Ja, jetzt mein Sohn weiss auch ein bisschen, um das geht, aber der... Ja, der verschreckt, oder? Und ich finde einfach, wenn du dann über den Familiensektor gehst, ja, eher weniger. Kritisch, ja. Du bist ja in Italien oft in Stadien gewesen, du bist, glaube ich, auch ein bisschen verbandelt mit einer italienischen Fan. Ja, mit... Lassi Rom, ja. Ui, von Lassi Rom? Ja, ja. Die bösen Faschosen. Hättest du das das sagen müssen? Wirklich? Ja, da gehöre ich heute noch. Heute noch. Aber es gibt auch andere. Also es... Auch dort gibt es andere. Also, dann schauen wir doch mal, so in einem italienischen Stadion, wie läuft es denn dort? Ja, dort wird es selbst reguliert. Und zwar... Dort sagen Einzelne etwas und die haben etwas zu melden und auf die hört man. Und wenn du nicht hörst, dann... da kommst du immer weiter an den Rand. Sag es mal so. Ja. Dort gibt es auch keine... Eben, dort... Die haben... ihre Jubilee hat... Ich würde jetzt sagen, drei oder vier Capos, davon sind zwei... Ja, du hast gerade gehockt, sind wieder rausgekommen. Und... Ja, also dort sagt keiner Nein, wenn irgendetwas gesagt wird, oder? Und da ist... Ich sage jetzt, in der Schweiz ist es halt einfach so, wo du hast viele verschiedene Gruppierungen, relativ viel... Also eben, jeder Verein... Es ist keine Ahnung, es stellt 15, 16 verschiedene Fangruppierungen, oder? Und... Zum Teil kennen sich die untereinander... Ja, nicht einmal alle. Und dann, wenn jetzt eine Fan-A-Gruppierung blöd tut, oder? Dann... Weiss man manchmal gar nicht, ja, welcher ist das? Und... Und dort in Italien ist es schon noch etwas anders. Dort hast du... Das ist eine Masse, oder? Das sind irgendwie 8, 9,000. Oder klar, die kennen sich auch nicht alle, aber die sind schon... näher im Stadion miteinander, wie jetzt bei uns. Oder bei uns gibt es eben, bei uns gibt es Fangruppierungen, da... Da redest du nicht so viel, weil es... Ja, weil es einfach... nicht in deinem Tipp ideal entspricht. Wie ist denn das organisiert? Es gibt ja in dem Fall mehrere DiCapos in so einer Kurve. Ja, ja. Und dann tut man da so... Pro Spiel abwechselt, wer gerade der Chef des Spiels ist, oder wie läuft das? Nein, also es sind ja... Bei uns sind es einmal zwei oder drei, die oben auf dem Gitter sind und die gehen einfach den Takt an vom Singen und sagen, was läuft, weil das Lied... Es sagen auch an der Auswärtsfahrten, äh... Wodouren. Sie sind ja auch immer zu vorderst, eigentlich, auswärts. Und die tusten sich aber dann schon aus, die Capos untereinander? Gibt es da Sitzungen? Ja, ja, sie sind schon. Also Sitzungen gibt es eh allgemein unter den Fangruppierungen, die Enttunstigstreffen oder Zistigstreffen, ähm, wo man sich trefft, austauscht, auch mit dem Verein, ähm, damit wir einfach auch alle eine neue Transparenz zueinander haben, oder? Auch, wenn jetzt die Vorkommnisse von Luzern, die werden sicher auch intern besprochen worden sind, äh, von den einzelnen Fangruppierungen, auch mit dem Verein. Also das ist nach so einer Sitzung, ist das nachher... Ich nehme es an, ja. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Und dort ist der Matthias Hüppi als Präsident auch dabei, oder wie läuft das? Wie ist da die Verbandung zwischen dem Verein und dem Verein? Äh, nicht immer, aber er ist ganz sicher einmal auch dabei, ja. Aber es gibt so Zistigstalks, wo er einmal dabei ist, oder der Alain Sutter. Und, ähm, ja, dort werden auch von den Fangruppierungen immer einzelne Leute, die dort hinzugehen, damit man eigentlich jede Fangruppierung auch ein bisschen einen abdeckt, wo auch die Anliegen von den eigenen Gruppierungen mit hineinbringt, oder? Es sind ja nicht immer alle die gleichen Ansichten, oder? Oder Ideen. Und so sind so Treffen gut, wo man dann auch ausdiskutieren kann. Also es ist ja nicht so, wie es vielleicht sich der eine oder andere vorstellt, dass es eine wilde, unkontrollierte, unorganisierte, primitive Masse von Menschen ist, die sich alle zwei Wochen beim Heimspiel trifft und einfach das erste, oberste Ziel einfach ist blöd zu tun. So ist es nicht. Nein. Nein, also, bei uns ist es so gewesen, wir haben sehr viel Freizeit geopfert, ich meine, jede Choreo-Mahle, die treffen sich dort nach dem Arbeiten, die sind am Samstag, dort vor dem Spiel, also ich meine, die sind, und es arbeiten viel, oder man hat das Gefühl, was sind das für das Soziale oder so, aber wir haben alles, also bei uns sind es Anwälte, Lehrer, ja, Soteri vom Bau, Bäcker, Koch, also, ja, durchmischt, Studenten, und darum ist immer so ein bisschen das Klischee, so, die Fussballfans sind doch alle nicht ganz sauber, würde ich nicht unterschreiben, nein. Und wer blöd tut, muss bei den Lehrern nachsitzen. Ja, oder zum Anwälte. Oder zum Anwälte. Ich habe übrigens noch, da ist noch etwas nachgeliefert worden, wir haben ja vor zwei Wochen hat der Memme, Matsch-Telegramme, die Lesung, sehr schön, einfach auch zum illustrieren, dass, wenn man jetzt fest über Ferngewalt diskutiert oder in den letzten Jahren immer wieder fest über Ferngewalt diskutiert, dass es nicht so ist, dass es ein neues Phänomen ist, sondern dass es in den 70er, 80er Jahren noch ein bisschen wilder zu- und hergegangen ist. Vergessen hast du, vielleicht hat es dann in einem Telegramm gegeben, 1985, wo der Scheidtrichter Nussbaumer aufgrund der aufgeheizten Stimmung im Espen-Mos per Helikopter ist evakuiert worden. Sie singen ja jetzt immer noch Helikopter, Helikopter. Oder bist du jung, bist du noch nicht dabei? Ich bin nicht auf die Welt gekommen. 1985? Ja, ja. Wo der Helikopter abkommt, vielleicht genau so. Espen-Mos in dem Moment der Dominik, der Dominik, das Licht von der Welt. Genau. Sehr schön. Oder die Schlacht vom Espen-Mos, die ist noch nicht so lange her. Nein. 2008, da bist du wahrscheinlich dabei? Ja, ja. Nach dem Abstieg? Weit vorne, ja. Aber dort, also, zu derer muss ich wirklich sagen, dort zu... War auch Spiel Bellinzona, ein letztes Spiel verloren, abgestiegen. Ja, und sehr provoziert von der Polizei. Also, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich bin zu vorderst vorne noch einmal mit. Also, ich bin schon auch zu vorderst dabei gewesen. Aber jetzt in dem Fall ist es wirklich so gewesen, dass die Polizei, keine Ahnung, in der 87. Minute schon in Vollmontur vor Kurve gestanden sind und einfach mit der Mimik, mit dem Lachen, mit den Blicken sind, sie es richtig gönnen. Also, nicht jeder, der da war, aber halt einfach so, dem, wo ich gerade in die Augen geschaut habe. Und, ja, und dann, ich weiss auch nicht, ich finde das recht provokativ. Da haben sie dann im Nachhinein, dann so, ein, zwei Jahre später, haben sie dann auch mal und sagen, ja gut, hätte man vielleicht nicht gerade sollen, weil, ja, ich meine, steigst du ab und dann, als du anstiegst, sind uniformiert, die alle schon Gummischrot geladen, der Wasserwerfer steht schon bereit, ja, dann muss ich einfach sagen, gut, dann haben wir es auch wollen, oder? Ich meine, eben, das ist... Gut, so kann man es jetzt nicht unbedingt sagen, nur weil jemand so dort schon mit der Uniform, die ihm mitgegeben worden ist, von seinem Arbeitgeber, du musst mir zurück vorwerfen, wenn er so will. So ist es auch nicht. Das ist natürlich grundsätzlich immer eine Problematik, jetzt auch bei Demonstrationen oder so, wie fest fährt die Polizei auf, weil eigentlich ist das ihre Aufgabe, auch zu schützen, oder? Und man kann durchaus davon ausgehen, eventuell ist jetzt die St. Galler-Fankurve in dem Moment, wo man gerade abstiegt, nicht total friedlich. Und wo wird es dann so eine Provokation, das ist natürlich immer so ein psychologisches Spiel, wo schwierig ist, dann den perfekten Mittelweg zu finden. Also ein Ausrede darf es natürlich nicht sein, aber man kann auch ein bisschen sensibel sein und sagen, hey, gerade jetzt eine Fankurve, die jetzt gerade etwas Megaschlimmes durchmacht, die musst du jetzt nicht noch irgendwie in eine Ecke drängen. Das wäre sicher ein Vorteil, um das zu machen. Aber es ist sicher kein Freipass, zu sagen, ja, er hat mich schräg angenommen, er ist Fan vom Gegner. Nein, nein, es ist einfach nicht. Aber es ist einfach so, wenn du abstiegst und die 87. Minute stehen irgendwie 50 Polizisten in Vollmontur dort, ja, ich weiss auch nicht, dann kommen, wenn etwas ist. Du bist dann entspannt. Ja, aber eben, ich bin in die Zone. Also ich meine, was hätte jetzt schon passieren können können? Das Einzige, was es nicht will, ist auf dem Platz. Es sind sie ja dann auch, oder schlussendlich? Also er könnte es ja das genau verhindern, oder? Ja, ja, ja. Einfach, dass man halt noch... Aber ich habe dann auch Wiesen rausgeschnitten und dann in Luzern hatte ich ja auch schon eine Wohnung, die habe ich jetzt dort eingepflanzt. Also der, der jetzt dort wohnt, der hat noch ein bisschen Espen-Moser. Ist das der Abstieg, den deine Frau dann gesagt hat, jetzt ist es dann mal gut mit... Nein. Es war der nächste Abstieg? Ja, ja, in Bern. Ja, dort ist dann schon... Ja, dort bin ich einfach heimgekommen und dann... Ist das nicht so gut gegangen? Nein, nein, nein. Und sie hat einfach gesagt, sie will da nicht mehr, oder? Ich meine, nachher Familie kommt und dann... Ja, ja, sie will doch, dass der Vater daheim ist. Das war einfach irgendwie wichtig. Bei welchem Abstieg war dieser Match vorher gegen Xamax? Mit den drei roten Karten gegen Xamax und nachher noch verloren? Vorher? Der ist vorher gewesen, mit dem Traillon, und dann noch ein Siegeskurs. Ja, genau. Mit drei Mann weniger. Das war ein faszinierendes Spiel. In neuen Proben. Also, für St. Gallen fände ich es nicht so. Nein. Weisst du nicht mehr? Abstiegskampf, Xamax, St. Gallen, Xamax, drei rote Karten und nachher gewinnt es noch. Da bist du auch dabei gewesen. Aha. Aber es ist schon etwas, natürlich, dass... Wenn du so mit Liebe und Seele Fan bist, sind das schon die Sachen, die sich relativ tief einschneiden in die Seele, in die Fernseele. Ja. Was wirkt mehr an? Sind es der Titel 2000 oder sind es die Abstieg? Nein, eigentlich, am meisten, wo du Freude hast, wenn es europäisch ist, kannst du gehen. Weil, ja, du bist in Europa unterwegs. Ich meine, Valencia, 20, das sind Spiele, 2000, St. Gallen, in Valencia, sie wussten nicht mehr, wo hin und vorne ist. Die Paare haben einfach gesagt, oh, schau, 300 Euro, deine Bar gehört zu uns. Der konnte nicht mehr machen. Der ist hinter der Bar gestanden und hat einfach gesagt, ja, dann nehmen wir einfach alles. Und jeder von uns hat ihm wieder ein paar Euro gegeben. Der hat das Ding von seinem Leben gemacht. Und selbst sind schon, das sind schon Spiele, wo, bist du drei, vier Tage im Ausland. Jetzt sind wir wieder bei der Reise. Am Anfang so verstanden, dass du nicht in St. Gallen kamst und dem sozusagen mit dem Schutz von Tausenden von St. Gallen gesagt hat, schau, ich kaufe dir jetzt deine Bar ab für 300 Euro. Nein, 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 nein. Geschäft von seinem Leben. Ich weiss nicht. Nein, nein, nein. Das ist ein Zapfengeld, oder? Ja, ja. Ich meine, es ist ja nicht nur einer gekommen, sondern es sind ja mehrere. Der hat ja von x-ten, 200, 300 Euro schlussendlich dann bekommen. Er ist nicht mehr hinter der Bar gestanden. Er hat gesagt, nehmen wir einfach raus. Aber zahlt er es? Ja, vorher schon. Also ich bin gekommen und er hat gezahlt. Es war schon so eine Masse. Ich habe einfach einen gesucht, der hinter der Bar steht, er hat ihm Geld gebraucht und gesagt, da nehmen wir mal alles mit. In Cisinau warst du auch? Nein, nein. Nein, nein. Das wäre sicher auch lustig. Vor allem, weil er noch ausgeschieden ist. Ja, genau. Gegen Cisinau. Zuhause hast du verloren. Ja, ja. Nachher Penalti ist es. Wieso ist du aus dir kein Fussballer geworden? Du bist ja durchaus nicht ganz untalentiert gewesen. Bist du in dieser Ost-Schweiz-Auswahl? Ja, es hat ja viel auch mit dem Lebensstandort zu tun gehabt. Wir haben ja einfach für andere Sachen angefangen zu interessieren. Du meinst Lebenswandel, oder? Ja, ja. Lebensstandort. Ja, weiss ich auch schon Villa und Kuhle. Nein, 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 nein. Ja, ja, Lebenswandel. Ist das einfach ein grundsätzliches Ost-Schweizer-Problem? Der Lebenswandel? Ja, das sowieso. Wie meinst du das? Die Ost-Schweiz-Auswahlen haben ja jetzt nie wirklich unglaublich viele Spieler hervorgeriert. Es ist sehr lang, also vor allem, als es dann da, es hat nachher Future Champs Ost-Schweiz geheissen, mit Wiel und all den Rundumazahlen, mit den Partnerklubs. Und das hat sehr viel gekostet im Jahr. Und es ist wirklich erschreckend gewesen, wie wenig dort rausgekommen ist. Also eigentlich praktisch niemand. Und es hat jedes Jahr glaube ich drei bis vier Millionen oder so gekostet. Und nicht jemand hat es geschafft, um dort durchzukommen. Und das ist dann auch ein grosses Thema, wie wir das neu aufstellen. Es ist sogar diskutiert worden, wenn wir das nicht einfach zumachen sollen, das bringen sie ja wirklich überhaupt nicht. Es kostet nur. Ja, und vor allem in einer Ausbildungsliga und du bringst keine eigene Spieler in die Erstmannschaft, das geht eigentlich nicht. Also dort muss sehr, sehr, sehr viel falsch gelaufen sein. Der Lebenswandel? Der Lebenswandel. Präsident, wem? Der Herr Anders war noch? Wahrscheinlich, der war aber sehr kurz. Ja, ja. Ja, aber dort ist ja relativ viel Geld einfach irgendwo herangeflossen, wo, weiss ich auch nicht. Und es hat dann immer auch die Gerüche gegeben, da weisst du, mit einem Berater, wo noch irgendwie die Finger drin haben, die Falsche bevorzugen und so weiter. Trainer, die Ausbildungen sind offenbar auch nicht super gewesen. Und dann hast du halt wie so einen Rattenschwanz. Du musst dann schon auch die Talente der Umgebung dazu bringen, dass sie zu dir wechseln, dass dann die Besten überhaupt bis in die erste Mannschaft kommen. Aber wenn du natürlich so einen schlechten Ruf hast, wie die Nachwuchsabteilung von St. Gallen dort gehabt, dann geht natürlich selbst einer von Vaduz oder von Fraufelden oder von Weinfelden nicht zu St. Gallen, sondern geht dann lieber auf Zürich oder zu Luzern. Luzern war damals auch nicht besser. Aber einfach irgendwo anders an, einfach nicht auf St. Gallen. Und dann gibt es halt so einen Kreislauf. Da hast du einfach nichts. Und jetzt haben sie es eigentlich sehr gut angetaucht, dass die Leute auch bleiben. Das ist halt extrem. Das Signalwirkt ist extrem krass in der Schweiz. Und du einen Trainer hast von einer ersten Mannschaft, wo alle wissen, okay, der setzt auf Junge. Dann bleiben halt die Jungen dann auch in irgendeiner Nachkaufsmannschaft und wissen, hey, ich komme Chancen über da, ich kann da bleiben. Und das halte sich jetzt auch aus. Wobei, das ist der erste Teil. Es ist noch nicht so, dass St. Gallen jetzt mega viele Junge hätte verkaufen können. Nein, da noch nicht. Aber ich glaube, da wird auch kommen. Also wenn wir jetzt du 21 anschausten, da haben die letzten sieben Spiele sechs gewonnen, eins verloren. Also ich glaube, die sind auch auf einem guten Weg. Also ich glaube, in der Jugendabteilung wird immer besser geschaut. Also da sieht man auch, also sie wohnen ja im Kriusnacht Amrighi. Und man hat dort auch so Ausbildungsplätze oder vom FC Luzern, wie gesagt, wo verschiedene Standorte sind. Und die ziehen hier schon früh. Also eben, die sind schon, da werden schon mit acht die Leute eingezogen, angefragt. Dann gibt es so Löwenschulen, St. Gallen ist glaube ich die Bärenschule, wo man schon relativ früh anfängt zu fördern. Du bist einerseits Juniore-Trainer beim FC Kriusnacht Amrighi, Kant von der Schweiz. Jawohl. Er ist ein Exil, St. Gallen. Gegen die haben wir auch mal verloren im GÖB. Ja, genau. Gegen Kriusnacht, die direkt von der Olma gekommen sind. Ja, genau. 2-1, ja. Wegen dem Galla. Wirklich? Im GÖB gegen Kriusnacht Amrighi? Also wer ist von der Olma gekommen? St. Gallen sind von der Olma? Nein, Kriusnachter sind nach der Olma gegangen und die sind nachher direkt auf den Platz und haben gegen St. Gallen gespielt und haben die rausgerührt. Jetzt wollte ich gerade vorher so einen Thesen in den Raum stellen, dass wieso die Nachwuchsgeschichte so lange nicht funktioniert hat in der Ostschweiz, ist, dass vielleicht für die Buben einfach die Olma wie noch wichtig war als der FC St. Gallen. Aber das wäre jetzt der Beweis, dass Olma grundsätzlich gar nicht schädlich ist. Nein, nein, nein. Man muss einfach direkt von der Olma auf den Platz. Genau, genau. Dann kommt es gut. Der FC Kriusnacht hat es bewiesen. Aber du bist Juniore-Trainer und du hast einen eigenen Buben, der ist sieben, achti. Achti. Und du erlebst das, was du gerade gesagt hast, mit der Löwenschule und mit dem Nachwuchsscouting in der Zentralschweiz eins zu eins mit. Ja. Wie läuft das denn? So jung werden die gescoutet? Ja, also du spielst ja, wir spielen, also es gibt ja verschiedene Abteilungen bei den F-Junioren, F1, F2, F-Meitli. Wir reden von F-Junioren, das sind die, die den Ball bis zum Knie kommen, die schütteln mit dem Skibein. Wo du noch einmal so drüberkriegst. Ja, das ist... Früher ist es so gewesen. Also in meiner Zeit ist es noch so. In meiner Zeit auch, ja. Aber heute... Ich meine, wir haben... Bei uns fangen es in den G-Junioren an, also das sind dann Füfe, Füfe, Füfe. Bleiben zwei Jahre dort, kommen dann zu den F-Junioren, zu uns, und dann werden sie dort schon in Stärkenklassen einteilt, oder? Und wir haben jetzt einfach die beste Stärkenklasse, das sind dann die besten acht bis zehn Junioren, oder elf, so. Plus noch... Ich habe noch zwei Mädchen von einem älteren Jahrgang, die dürfen noch ein Jahr länger bei den Buben schütten. Und dort ist es schon so. Die zwei Mädchen, die sind auch in der Löwenschule vom FC Luzern. Einen Bub habe ich dort, dann eben mein Sohn ist angefragt worden. Und da ist dann... Ich meine, da spielen sie in Krien, sie spielen in Luzern, sie spielen... Ja, in der Zentralschweiz. Und je nach Turnier gibt es halt dort schon Leute, die schauen. Also kommt KC, oder kommt... Nein, das ist jetzt nicht. Aber wir gehen jetzt hier auf Zürich, wir gehen jetzt hier auch an einen Hallenturnier auf Zürich. Und dann gibt es dort noch ein Finalturnier, wenn man gewinnen würde. Und wenn du an das Finalturnier gehst, dann wird es zu 99% von einem jetzt da in der Umgebung sicher ein oder zwei Scouts dort an. Weil umso früher du die kannst dazuzügen, ja, umso früher kannst du sie eigentlich an das Ganze gewöhnen. Es ist ja so, sie haben eigentlich am Mittwochnachmittag zieht man die Jungen alle zusammen. Aber diese kommen dann von... Das sind fünf Standorte und die kommen von der ganzen Zentralschweiz. Und dann wird dann aber schon runtergebrochen. Also umso älter, umso mehr wird runtergebrochen. Und dann ein Drittel geht zu Luzern, ein Drittel zu Krien und ein Drittel zu Zug. Und eben in den Zug ist abgefahren, dann sagt man. Also wenn das Zug landet, dann wird nichts mehr aus deiner Karriere. Das weiss man mit acht schon. Ja, also bei meinem Sohn ist es so, er will unbedingt. Wir haben dann mal gesagt, du kannst ins Ballett, ins Handball, ins Socke, was du willst. Klar, mit Fussball hat mich gesehen, zu schütteln. Ich habe meiner Frau immer gesagt, du hast auf die Welt, als erster, wenn er genommen hat, ist der Ball. Weil du ihn mit Hand gedruckt hast. Nein, nein. Die ganze Zeit. Da! Ja, und so ist er eigentlich immer mehr geworden. Er hat früher angefangen, schon vier, fünf, vier. Und ist voll dran. Da sind wir aber nicht mehr weit entfernt, von dem Vierjährigen, der bei Arsena schon... Aber das, was du jetzt vorher noch gefragt hast, das dürfen wir nicht. Also sie können keine Achtjährigen, sie können... Du geht es sicher auch nicht einen Achtjährigen von Küsnacht am Rigi holen. Die sind in diesen Partnerschaften und sie dürfen nur in diesen Partnerschaften bleiben. Also das passiert nicht. Sie können jetzt nicht von Basel scouten bei Küsnacht am Rigi. Ah, nein. Wir gehen es lieber mit den Adolma. Ja. Basler haben schon genug zu tun mit scouten rund um Basel. Ja. Der eine oder andere Verein, der durchaus talentierte Junioren spielt. Wir müssen unbedingt noch mit der Nationalmannschaft sprechen. Wir kommen heute mal zu einem richtig guten Zeitpunkt. Es ist nicht gerade so, dass am nächsten Tag gerade das Spiel ist und alles, was wir vorhin gesagt haben, makulaturisch, sondern wir nehmen jetzt am Dienstagmittag auf, es geht noch bis am Freitag, bis das Nachziespiel, wobei man weiss nicht, ob das überhaupt stattfindet, ob es noch genüge Spieler haben. Ja, so viele verletzte. Fuck. Ja, schlecht gelaufen. Also Elvedi verletzt, Embolo verletzt. Das sind die beiden, die wir am meisten erwähnen. Czaka. Ja gut, Czaka habe ich schon lange verletzt, dass der mal den Nazi gespielt hat. Aber Elvedi, der Weltbeste, also besser als Diego Maradona, ist in diesem Fussball-Podcast mal gesagt worden von einem Anwesenden. Embolo geht eine recht gute Phase. Ja, Czaber jetzt. Ist auch, ja. Auch noch. Fasnacht auch noch. Fasnacht auch noch. Auch. Kopfe. Ja. Feste Kopfe. Liebe Grüße und Christian Fasnacht. Es wird nicht einfach. Kavranovic sei auch nicht im fittesten Zustand der Nazi Kopp. Ja, aber er tüpft, oder? Jetzt in den letzten zwei Spielen. Ja. Zweimal getroffen, zweimal Vorlage. Ja. Aber er spielt dort halt schon nicht gegen Italien. Ja, ja. Ja, ja. So bist du so, ja. Michi Frey? Immer die Diskussion unter Michi. Was hast du für eine Haltung zu der Chaos so Michi Frey? Michi Frey ist weiter nicht aufgebotet worden. Ja. Oder was auch immer. Aber ich finde einfach, bei ihm wird immer so ein bisschen um den Heissbreit geredet. Wenn ich zulasse, habe ich das Gefühl, Murat ist einfach nicht sein Typ Spieler. Dann musst du ihm das auch einfach sagen. Und nicht, ja, weiss ich auch nicht, der Pass ist nicht, ja, oder? Weiss ich auch nicht, was ihm gesagt wird. Er hat gesagt, also öffentlich hat ja Murat dann gesagt, ja, die anderen sind halt schon länger dabei. Ja, ah ja, so, ja. Der Noah Okafor ist jetzt noch nicht so lange dabei. Nein. Wobei man muss schon sagen, jetzt der Noah Okafor, der aufgeboten worden ist. Super. Er konnte laufen, ja. Und der schiesst halt auch in der Champions League noch Gäste. Also der hat sich durchaus bewiesen, auch gegen ein bisschen stärkere Gegner. In Wolfsburg ist es glaube ich gewesen, in Salzburg, wenn er zwei Gäste gemacht hat. Und vielleicht ist halt, man kann diskutieren, wie schwer es ist in der Belgischen Liga Topscorer zu sein. Aber grundsätzlich kann man durchaus sagen, der Michi Frey hat einen Lauf. Und ein Stürmer, der weiss, wo das Goal steht, ist nie schlecht, auch wenn es nur die Belgische Liga ist. Aber ja, wir sind nicht Murat Jakim. Ja, aber das ist schon auch ein bisschen in den 90er-Jahren Fussballverständnis. Ein Stürmer muss einfach wissen, wo das Goal ist. Das ist halt schon nicht mehr ganz nur so. Also du kannst sehr wohl einen extrem Superstar-Stürmer in deinem Kadern, der aber nie das Goal schiesst. Aber der schiesst nie das Goal. Ohne den kannst du wie nicht spielen. Also das braucht es schon auch noch. Also der Gekas hat auch gewusst, wo das Goal steht. Aber wenn du jetzt so wie er gespielt hat, könntest du den jetzt heute nicht mehr bringen. Das geht einfach nicht mehr. Da ist schon noch ein bisschen mehr passiert. Aber der Michi Frey spielt immerhin jetzt noch eine Rolle. Und ich glaube, falsch wäre es nicht, wenn er aufgeboten werden würde. Aber ich glaube, es ist gleichwertig, wie der Gernfranowitsch würde ich sagen. Aber am Okafor wirst du freut haben, weil du sagst, du hast einfach gerne, wenn junge Spieler gebaut werden. Ja, aber der, der, der von Liefering nachgenommen hat, der Innenverteidiger. Der Oka. Ja, genau. Der ist auch, weisst du, der 18 oder so. Der hat mir mit 16 über 2 Millionen geholt. Ich glaube, so die Sachen finde ich eben super, wenn so junge Chancen gibt. Gut, dort hätte es wahrscheinlich auch noch ein Hintergrund, dass er in verschiedene Nationalmannschaften spielen könnte. Ich finde das mit Junge einbauen grundsätzlich spitzenmässig. In den Nazi finde ich es ein bisschen sinnlos. Also nicht sinnlos, ich finde es cool, wenn Junge kommen. Aber wenn du jetzt vor den letzten zwei entscheidenden Spielen stehst, in einer Qualifikation, die Jungen werden es nicht reissen können und du musst die jetzt nicht verheizen und dort jetzt ein Debutant gegen Italien in die Innenverteidigung setzen, das bringt es nicht. Vielleicht langfristig ist es cool, weil du weisst, der ist schon mal dabei, er wird ja eh nicht spielen, ist ja völlig okay. Da kannst du dir schon mal zuziehen, aber dann vielleicht, also jetzt, wäre finde ich jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt, dass es jetzt der Zeitpunkt ist zum 18-Jährigen oder 20-Jährigen Einbau in den Der Wauke, vor dem seine Chance zu spielen, ist nicht so schlecht. Die ist natürlich auch nicht ein Debutant, er spielt schon länger auf höherem Level, Profifussball hat schon alles gespielt, Champions League bis Nazi. Der kommt nicht aus der Löwenschule. Nein, nicht gerade. Und der Bölle kommt ihm auch nicht nur bis zu den Knüern. Aber wie wird aufgestellt schlussendlich? Also wird Fabian Scher dann für den Nicol Vedi sein? Kann gut sein, ja. Muss fast, ja. Ja, würde ich sagen, ja. Aber das ist nichts gegen den Fabian Scher. Fabian Scher, schätze ihn sehr als Fussballer, eine grossartige Spieleröffnung, dem seine Bässe sind. Aber einfach die zwei, drei Szenen pro Spiel, wo das Herz in die Hose geht. Das heißt, beim Elvedi einfach nie ging. Nein, bei dem passiert einfach nichts. Beim Elvedi passiert einfach nichts. So krass. Du musst einfach nie Angst haben. Und er macht auch nie ein Foul. Das kann anderen durchaus mal passieren, als Innenverteidiger und du gehst in den Zweikampf. Der Elvedi könnte, glaube ich, blind in einem Pulg von sechs Gegenspielern im Strafraum grätschen und er will kein Foul verursachen. Ich weiss nicht, wie der das macht. Das ist einfach fantastisch. Aber ja, du hast natürlich Sachen, die dir wegfallen, wenn du halt einen Elvedi nicht spielen lassen und führst mit einem Scher andere Möglichkeiten. Da sind seine 70 Meter Laserdiagonalpässe, mit denen kannst du natürlich auch schaffen. V.a. wenn du den Oka-Vornau hast, der ein bisschen springt. Ja, aber Akanji eben auch nicht so schlecht. Die kann er auch nicht so schlecht. Wie würdest du aufstellen? Würfel. Also hinten. Wir machen jetzt mal die ganze Mannschaft durch. Also im Goal ist wie klar. Der Kobel ist auch noch. Wir hoffen jetzt mal Jan Sommer. Alles Gute, viel Gesundheit. Passiert nichts. Das ist noch wichtig, dass Jan Sommer im Goal steht. Dann ist schon mal vieles gut. Dann Akanji in der Innenverteidigung ist klar. Rodriguez wird wahrscheinlich auch wieder spielen. draussen. Wahrscheinlich schon, ja. Ivan Kante ist ja angeschlagen. Er ist zurück in den Löwenschuh. Silvan Mitter eine riesen Kiste gemacht gegen Jan Sommer. Genau. Also der wird durchaus auch noch eventuell in Frage kommen? Ja. Und dann wird es auf Fabian Gere in der Mitte rausgehen? Wahrscheinlich schon, ja. Also ausserlich es passiert noch. Es ist noch nicht abgeführt. Es können sich mindestens noch zehn verletzen. Ich nehme das Telefon schon nicht mehr ab. Ich habe schon Angst, dass mir nach Murad Jacki nach Leute in der ich schlafe und ich am nächsten Morgen sehe, oh. Das wäre deine Schwanse. Ja, wenn er schon niemand mehr hat. Mittelfach? Ja, Remo Freuler muss der Chef sein. Ja, jetzt muss man noch übernehmen. Das ist ein Chagiri. Ja. Der hat auch wieder nicht so eine gute Phase. Also einfach auch nicht so angekommen, noch nicht so angekommen. In Frankreich, ja. Aber er wird ja trotzdem mit der Nazivitis auch unbedingt wichtig. Mega wichtig. Und dann, der OKV würde ich von Anfang an laufen lassen. Ich jetzt, persönlich, oder? Ich auch. Ich wüsste auch nicht, wer sonst. Also, der Steffen ist auch noch dabei, oder? Ja. Ich wüsste auch nicht, wer noch alles wäre. Wer kann überhaupt noch laufen? Ich würde glaube, der Jack kann gleich aufstellen. Aber es ist egal. Nur wegen der Bürki. Ausstrahl. Genau. Ja, weil der Zuba ist ja auch nicht. Also, er wird schon eng langsam. Ja, einfach so, wenn man jetzt auf die Scher-Diagonalpass spekuliert, dann macht natürlich der Oka Vormesin, also der Asse Steffen, zum Beispiel, auf links. Ja. Wie werden Sie sehen? Am Freitag in Italien sind scheidende Spiel in Rom. Ja. In dem Stadion, wo du auch schon das eine oder andere Mal bist. Ja, ein paar Mal. Hast du nie Angst gehabt? Ich glaube, ich habe die Geschichte schon hundertmal erzählt, aber ich bin mal allein ein paar Tage auf Rom, einfach so mal zum Abstand gegangen und dann dachte ich, ja, mal schauen, vielleicht ist es gerade ein Fussballspiel. Könnt ihr mal schauen, es ist ja etwa ein Fussballspiel und dann war es fackt mal das Derby, Lazio gegen 1. Roma. Und ich dachte, ja, ich gehe mal schauen dort und es war natürlich ausverkauft, aber richtig Stadion gelaufen und haben schon die ersten Tickets verkauft, natürlich mich völlig überrissen, aber ich bin ja nicht so oft rum. Und je näher, als ich am Stadion gekommen bin, desto mehr habe ich gefunden, also erst einmal Belagerungszustand, du hast das Gefühl, es ist jetzt Krieg. Das ist, glaube ich, die Armee vom ganzen Land haben es zusammengezogen dort vor Stadion. Plus der Kessel, das hat so dröhnt und je näher, als ich gekommen bin, desto läuter ist es worden und so unheilvoll. Also, ich habe... So Schlachterrufe oder? Nein, wirklich, ich habe Angst bekommen, ich dachte, nein, im Fall ist, glaube ich, Dann bin ich gegangen. Ich hätte, glaube ich, 200 Stolz ausgegeben, aber ich bin nicht gegangen. Wie ist das so in Rom? Gut, wenn die Schweiz gegen Italien spielt, ist es sicher eine andere Stimmung, als wenn es derby ist. Ja, wie du gesagt hast, es wird laut, es wird gefährlich. Also, ich meine, ich bin ja nicht sehr derbisch schauen, aber zwei, drei habe ich schon gesehen. Und du solltest jetzt... Ja, ich meine, es kommt doch ein bisschen darauf an, wenn du natürlich mit deiner Gruppe, wenn sie in der Gruppe unterwegs sind, dann passiert nicht so viel, oder? Aber wenn jetzt du einzeln mit dem Lazio, wahrscheinlich irgendwo bist und es sind gerade... Bist du gerade am falschen noch? Vor dem falschen Sektor, dann musst du schon schnelle Schuhe anlegen. Am besten Rollschuhe. Also gut, wir werden es gesehen. Wir haben noch ein, zwei Themen, die ich noch möchte besprechen. Wir sind leider schon am Ende unserer Fernsehzeit. Wichtig, dass wir die Nati noch haben mitnehmen können. Jetzt am Mittwoch, als wir ausgestrahlt waren im Fernsehen, sind wir immer noch aktuell, hoffentlich. Und es haben sich nicht noch drei andere verletzt. Und der Murat hat tatsächlich noch mehr angerufen. Muri, musst du nicht anrufen, ich stehe nicht zur Verfügung. Hört euch als Podcast, dort geht es weiter. Überall dort, wo ihr Podcasts habt, zum Hören zu hören, auf iTunes, auf Spotify, auf srf.ch slash audio. Von Challenge League bis Champions League, der SRF-Fußball-Podcast mit Korn, mit Korn, Barcelona, der neue Trainer. Ja. Schavi. Hast du dich auch selber rausgekauft? Es ist schon krass, wenn du so der Messias plötzlich bist, wenn du kommst und die erwarten Übermenschliches von ihm jetzt. Gut, haben wir mal, es ist so von der, ich weiss nicht mehr, wie das Ding heisst, wo ich halt in Katar war, bei Al-Sat, da machen sie so mega überproduzierte, die so Taktik-Sachen haben sie gemacht mit dem Schavi. Und dann siehst du ihn so vor so einer Art Tafel und er schiebt so Sachen, erklärt so sein Spielsystem, halt auf Spanisch, aber es ist untertitelt. Im Fall. Den Typ könntest du eigentlich drei Stunden zuhören. Also ich habe nicht einmal einen Zehntel kapiert oder so, aber dort siehst du, was das für ein völlig kranker Brain ist, was der alles überlegt, was er so für Vorstellungen hat. Und das ist, also er ist sicher, von der Vorstellung und von der Idee ist er wahrscheinlich der grossartigste Trainer, aber blöderweise stehen auf dem Platz dann halt nicht alles Schavis. Das könnte eben dann noch ein Problem werden. Dann hast du so wie seine Vorstellung, aber die anderen spielen nicht so. Das ist so wie Celestini im Grossen. Celestini wüsste auch, wie sie spielen müssten, aber er hat halt auch nicht den Schavi. Aktuell Alex Frey in Wiel. Ja. Man hat die Zusammenarbeit im gegenseitigen Übeständnis beendet, weil man, ich glaube, strategisch und sportlich nicht die gleiche Auffassung hat. Also es ist halt genau das. Also ein Nazi-Stürmer und da kommst du zu einem Challenge-League-Verein, der nicht jetzt die Anspruch hat, oben mitspielen und irgendwann guckt es dir an. Das kann mir Schavi nicht passieren. Bei Barcelona. Auch wenn nicht alles Schavis sind, dort sind doch alles... Es sind alles okayige Spieler, glaube ich. Ja, ja. Ja, aber... Eben, wie ich ja schon gesagt habe, es sind keine Schavis dort. Also es wird schon schwierig. Du hast auch kein Iniesta mehr dort, du hast auch kein Messi mehr dort. Ich meine, und das Spielsystem, wo er dann würde spielen wollen, für das braucht er ja dann auch die richtigen Spieler. Und ich glaube jetzt nicht, dass Barcelona genau die Elf auf den Platz bringt, die er dann brauchen würde. Also ich glaube, das ist ja ein bisschen Traumvorstellung, ich weiss es nicht. Ich würde es ihnen mal gönnen, wenn es aufsteht. Sie haben gerade nicht mehr das Geld, um die zu kaufen, die er gerne... Schwierig, ja. Es ist natürlich, weisst du, das würde ich jetzt dem Schavi schon noch zutrauen, dass das mit ihm sehr gut möglich ist, dass er jetzt nicht, wie so die Vorstellung hat, also weisst du, nicht so Pep Guardiola-mässig, okay, ihr müsst mir jetzt den und den spielen, kaufen und den und den, und dann kann ich genau meinen Fussball spielen. Sondern der Schavi, der so ein super, super Fussball-Nerd ist, dass der halt mal bei der Nachwuchsabteilung geht und schaut und sagt, okay, die drei, die passen genau wie wir in einem und Messi auch früher in die erste Mannschaft gekommen sind. Für das brauchst du natürlich ein bisschen Geduld und ich glaube, er hat ein bisschen... Mit ihm haben sie sicher mehr Geduld, als jetzt mit irgendeinem. Also er wird jetzt nicht nach drei Niederlagen weggerührt. Und er kann immer noch das ganze Jahr sagen, da ist einfach alles im Argen jetzt momentan, ich bin jetzt das erste Mal am Korrigieren. Übergangssaison, nicht? Sie sind Gala auch etwa sieben Übergangssaisons gehabt, bevor das Stadion gestanden ist, das neue. Immer wieder. Und dann sind sie, wo das Stadion gestanden ist, sind sie abgestiegen. Genau. Im ersten Jahr im neuen Stadion in der Challenge League. Also der Xavi hat sich selber ausgekauft aus dem Vertrag? Also, habe ich gelesen, dass Barcelona das Geld nicht stehen wollte. Man glaube, irgendwie 5,5 Millionen oder so. Und dass er sich dann selber ausgekauft hat, sozusagen, dass er zu Barcelona wechseln kann. Aber es ist immer interessant, wie es dann zuerst heisst, nein, auf keinen Fall kann der Xavi gerade einen laufenden Vertrag bei uns. Es sei ausgeschlossen, ja. Es geht leider nicht. Und dann geht es dann noch einmal bei der Aussage, also ich meine, es kommt Barcelona zu Al-Sat in Katar. Die Frage, dürfen wir eure Trainer haben? Wobei, ja. Und dann sagen die, ja, nein. Also, du weisst ja schon dort, das wird nicht bis zum Schluss so sein. Du weisst, es geht gerade zwei Tage, vielleicht wenn sie ein bisschen Verhandlungspositionen stärken oder was auch immer, dass es nachher sowieso wirken, wird ja funktionieren. Also, wenn Bayern zu St. Gallen geht und irgendeinen Spieler will, dann wird St. Gallen auch zuerst vielleicht sagen, ja, nein, wir brauchen Debesio unbedingt. Das geht leider nicht. Und dann wird er ja gleich zwei Tage später trotzdem zu Bayern wechseln. die ritualisierten Kommunikationsstrategien. Gut, in diesem Fall jetzt zum noch Tablösen. Die Spiele, ja. Die Tablöse noch ein bisschen untertreiben wahrscheinlich. Aber, wo man von Anfang an schon weiss, es wird dann schon gehen, jetzt spielen wir noch schnell das Spiele und alle spielen mit. Das zieht sich ja bei allem durch. Also, es gibt es einerseits bei den Ablösen oder, weisst du, wenn eine Mannschaft gerade eine Krise hat. Jetzt hat ja gerade Serveta gerade eine grössere Krise. Jetzt hat es gerade im Superleague Golf im SRF noch mal ausgraben. Dort, wo der Geiger, damals noch Trainer von Aarau. Ja, ich bin auch gross. Nachher fragen sie den Präsidenten, wie sieht es aus? Ja, nein, wir spielen die Saison mit dem Alain Geiger fertig und dann noch nachgefragt. Noch nachgefragt? Nachfrage, ja, sicher. Oder könnt ihr das garantieren? Könnt ihr das jetzt garantieren? Und dann sagt er, ja, das kann ich garantieren. Und dann am nächsten Tag ist Rindlar. Es ist eigentlich so herzig, die Spiele, die der Fussball immer so mitmachen muss. Es muss irgendjemand anstehen und sagen, nein, das ist überhaupt nicht so. Es geht nicht anders. Die Spiele müssen wie zuerst noch sein, aber sie machen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Er könnte auch einfach so ganz ehrlich sagen, also wenn er nicht gerade an den Stand sagen, nein, der Typ ist weg. Das wäre auch unglaubwürdig oder man würde sagen, ja, das ist jetzt eine Kurzschlussreaktion, wir sind jetzt gerade verloren oder so. Aber er könnte wenigstens sagen, ja, wir werden das sicher diskutieren, aber man weiss ja, wie das Geschäft läuft oder so irgendwie etwas. Und nicht sagen, doch sicher ist der, aha, hundertprozentig. Also mittlerweile und mehr denn je, ich glaube, so etwas wie damals passiert heute noch ein bisschen seltener, weil einfach Professionalisierung so fortgeschritten ist, dass man all die Spiele noch mehr in Perfektion beherrscht, auch die Interviewspiele, dass man sagt, jetzt sind wir gerade nach dem Spiel, sie verstehen sicher, dass ich jetzt nicht aus dieser Emotion aus einer Entscheidung fände. Natürlich dürfen wir das jetzt analysieren, wir hocken sicher zusammen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Momentan ist er unser Trainer und morgen ist er auch noch unser Trainer und alles andere wird er dann so etwa laufen. Das ist das, was man erwartet. Und warten wir dann nicht nur immer darauf, dass jemand das ritualisierte Spiel entweder nicht begreift und einen Fehler macht, weil eigentlich ist es mega langweilig. Die Interviews sind dann immer mega langweilig, du weisst, was kommt. Nicht begreift und Fehler macht oder extra aus der Emotion heraus irgendeinen raus haut. Weil sonst, wieso schauen wir eigentlich Spielerinterviews? Meistens sind sie nicht zu sagen, meistens sind sie sehr erwartbar, aber hin und wieder passiert etwas. Ja, hin und wieder. Das sind eigentlich die geile Momente, die, die es dann auch durchziehen, wenn irgendetwas passiert, was nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Also, wo damals der Rolf Ringer, Trainer des FC Zürich, und er hatte gerade eine Krise, und Friedi Bickl, der Sportchef, war nach einem Satz, er hat den Friedi Bickl gefragt, SRF auch, und dann sagte er, ja, man muss jetzt mal schauen, man weiss ja, wie das Geschäft am Laufen ist, es muss nicht immer so laufen und so, einfach so, nicht zu sagen. Und dann, cut, und nachher streckte das Mikrofon an den Rolf Ringer ran, zu Rolf Ringer, sind sie morgen noch Trainer des FC Zürich, ja, ist mir eigentlich egal, ich habe anders zu überlegen, dann wäre es auch okay. Also gut, es ist seine Entlassungsgruppe, also hast du gewusst, das sind seine letzten Worte als FC Zürich, aber für so sagen. Wenn es dir als Trainer egal ist, ob du am nächsten Tag noch Trainer bist, bist du am nächsten Tag wahrscheinlich nicht im Trainer. So Sachen sind einfach geil. Aber dass man die ganzen ritualisierten Interviews eigentlich schaut, nur in der kleinen Hoffnung, dass jemand mal ausrutscht oder findet, es ist einfach wurscht. Aber es passiert schon immer seltener. Leider. Die, die noch ein bisschen, der Görtler ist ja auch so ein Kandidat, darum sekt man auch immer alle zu dem an und wenn du etwas von ihm willst, vor allem wenn sie noch hoffen, dass er noch ein bisschen aufgeheizt ist vom Spiel und nachher gerade das Mikrofon anhebt und hoffen, dass er irgendein Zeich sagt, ist eigentlich gut gemein. Aber es ist ein Theater. Das spielt man und alle schauen das irgendwie zu. Was sind für dich die wichtigsten Spieler beim FC St. Gallen? Jetzt klarspielerisch für die Mannschaft, aber auch so vom Charakter her, dass du, wenn wir jetzt bei dieser Identifizierung sind. Sigi Görtler, der Bezio wird da mal so einer sein, wenn er sich durchsetzen kann und noch längerfristig bei St. Gallen bleibt. Der Leuchlinger ist einer, der sich immer wieder zurückkämpft hat vor Verletzungen, auch wenn er jetzt eine gute Phase kann, noch wieder ein bisschen schlechter. Jetzt ist er wieder gerade verletzt. Den finde ich faszinierend. Aber er ist ein Kind, er hat schon hundertmal abgeschrieben. Ja, eben. Und er kommt immer wieder zurück. Und das sind so Kämpfertypen, und die sind in St. Gallen also auch bei mir allgemein eh recht beliebt. Auch ein Ruiz, obwohl ich schon lange sage, ich würde nicht mehr Freistoß schiessen lassen, weil ich glaube, ich weiss nicht, wie viele hat er geschossen, hundert und hundertmal über das Goal. Also das ist so, nein, keiner anderen kann schiessen, oder? Der andere ist eben zu Basel. Ja, der, der noch könnte, der ist zu Basel, der noch nicht spielen darf. Und da schiessen kein Freistoß mehr. Das ist ja bei einem Fall immer so schwierig und so spielig ist wie in Besi, oder? Du hast einen Jungen, der kommt in die Mannschaft und das funktioniert einigermassen. Und St. Gallen ist das schwierigste Pflaster für das. Weil so jeder, vor allem wenn er dann noch ein bisschen aus der Region kommt und er schafft seine erste Mannschaft und dann denkst du, hey krass, der Typ ist siebenzehn und ist jetzt schon so gut. Wie gut wird der dann erst noch? Meistens nicht mehr viel besser. Niko Abeglen. Wo spielt er jetzt? Weiss nicht. Spielt er aber. Weiss nicht, irgendwo beim FC Altstädter oder so. Irgendwo. Babic, warten wir jetzt, ist noch dabei, hat ein paar Mal sich verletzt, aber da hat es einfach ein paar, ein paar hat es gegeben, wo man dann jung inrührt und denkt, jetzt, hey, das wird mindestens der neue, weiss nicht was, Superstar-Stürm, der neue Charles Amoa. Dann ist der Druck auch mega hoch. Mega hoch und erwartet, dass er auch jedes Jahr massiv besser wird. Und irgendwann ist er dann mit 19 immer noch, dann ist er nur noch in der Rotationsspiele und dann lade er sich mal aus, um zu brüllen und dann wird es schwieriger. Ja, dann wird es schwieriger. Aber du bist zuversichtlich, das Projekt, das dauert jetzt schon eine Zeit, also man ist doch recht stabil beim FC St. Gallen. Auch in dieser Konstellation, dass man auch am Trainer festhält, wenn es jetzt mal eine Zeit nicht so läuft. Bist du überzeugt davon, dass das mit Sportchef Sutter, mit Trainer Zeidler, mit Präsident Hyppi, dass man richtig aufgestellt ist in St. Gallen? Ja, ganz sicher. Gut. Amen. Dann gilt es nur noch Danke sagen. Also ich soll nicht sagen, etwas skeptisches. Ähm, nein. Jetzt ist Zeit zum Danke sagen. Gut. Nein, wir kommen ja immer wieder Reaktionen auf den Podcast und oftmals fliessen die gar nicht so ein. Zwei Sachen. Danke vielmals, ich habe in den letzten Tagen etwa fünf, von fünf verschiedenen Ecken die aktuelle zweite Bundesliga-Rangliste zugeschickt bekommen, weil ihr das Gefühl habt, müssen wir ihm Gisler zeigen, falls er es noch nicht sieht, er hat eine Freude. Und ja, ihr habt recht. Es gibt mir wirklich feste Wöle im Buch, weil ich mich auch schon geoutet habe, dass ich einfach gerne habe, wenn so Tabellen in Ordnung sind. Wenn eine gewisse Ordnung herrscht, auch mathematisch, dass er ein bisschen... Jetzt auch in der Super League finde ich gerade gut, mit einer Dreiergruppe vorne, mit... Also, es wäre noch ein bisschen ordentlicher möglich, die zweite Bundesliga zeigt. Aktuelle Zweite Liga-Tabelle ist der Erste hat 26 Punkte, der Zweite 25, der Dritte 24, Vierte 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Schön aufgereiht mit den Punkten. Das Schlimme an diesem Misch, du weisst, es wird nicht so bleiben. Du kannst dich jetzt verkleiden als irgendwie Zweite Bundesliga-Ultra und probieren, jedes Spiel abbrechen. Dass die Tabelle bis zum Schluss gilt, dann wäre St. Pauli aufgestiegen mit 26 Punkte. Also, danke für den, zuerst einmal, einerseits. Andererseits, haben wir gerade, heute, gestern Abend, ein Spidey, ein Mail bekommen von einem sehr geschätzten Sekaragisler-Hörer, der ist ein bisschen im Verzug. Darum als Tipp, man kann diese Podcasts auch ein Jahr später noch hören. Der hat geschrieben, er sei erst nicht spät auf uns aufmerksam worden. Von Anfang an anfangen, jede Folge zu hören. Es ist darum noch ein bisschen hinterein, er hat aber auch schon Angst, wenn er dann fertig ist, wenn es dann keine mehr gibt, zum nachhören. Und er ist jetzt offen, sicherlich gerade bei dieser Folge gewesen, wo du dich so wahrgegeben hast, möge daran erinnern, dass irgend so ein Schlammspiel war. Ja, als ich gewusst habe, dass das Spiel zwischen der Schweiz und Schweden geben kann, aber wie kein in der ganzen Fussballhistorie Nienerz ein Beweis gefunden hat, dass das Spiel, so wie ich das in Erinnerung habe, wie das damals stattgefunden hat, in knöcheltiefem Schlamm, dass das mal neu mit zu gehen hat, ganz viele Leute gefragt haben. Und nachher habe ich dann tatsächlich Zuschriften über und zwar bis heute, also komme ich Zuschriften über, sicher wöchentlich, zu dem, von Leuten, die das dann ausgraben. Und das war so ein Scherzbeitrag damals, irgendwann in den 80er-Jahren. Am 15. April 1983, kommentiert von Beni, der Zusammengefasst von Beni Thurnher, wahrscheinlich ein April-Scherz. Und es ist ja noch sehr gut zusammengeschnitten mit den Originalbildern von Schweiz und Schweden, von den Nationalmannschaften von damals, mit dem Stadion, aber sie spielen immer irgendeinen Tümpel. Eigentlich spielt sie in einem Teich. Ja, sie spielt eigentlich in einem Teich. Mit einem Originalkommentar und so. Und falls ihr die Erinnerung habt und das Gefühl habt, es hat es tatsächlich mal gegeben, es stimmt nur halbe, die Erinnerung ist nicht falsch, dann findet man halt noch im Archiv von SRF, dem SRF-Player, googelt irgendwie Schlammschlacht oder gelt den 15. April 1983 ein Beitrag von Beni Thurnher. Ich glaube, die meisten finden es mit Fussball-Schlamm-Schweden oder so. Voilà. Und es ist aber ein Scherzbeitrag gewesen. Aber einen guten. Für damals, für 193. Fantastisch. Sehr, sehr gut gemacht. Also gut, als ich es jetzt wieder geschaut habe, habe ich mich schon gefragt, warum habe ich damals als Achtjähriger nicht checkt, dass das ein Witz ist. Vielleicht hast du das dort schon checkt, hast du ihn in der Erinnerung wie vergessen? Ich habe es nicht checkt. Ich habe vielleicht den Anfang verpasst oder so. Ich weiss nicht mehr. Auch nicht alle, die mir etwas geschrieben haben, dazu haben, auch nicht ganz alle checkt, dass das nicht ernst war. Es ist nicht ernst. Das gibt es heute alles nicht mehr. Dein Sohn spielt wahrscheinlich nur noch auf Kunststrasse. Meistens, ja. Die gibt es ja auch in unterschiedlicher Qualität. Ja, Usen ist nicht der Beste. Aber er wird erneuert jetzt. Man baut alles neu. Haben Sie noch so einen, wenn man grätscht, dass man dann so Brandwunden hat? Ja, wenn er gerade wäre, wäre es auch noch gut. Also wir haben so... Ah, das ist wirklich gefährlich. Ja, ja. Das ist wirklich gefährlich. Höger in der Kunststrasse. Ja, er bläht ihn ab und zu wieder auf. Und dann müssen sie wieder auf die Luftplatte. Ja, so, ja. Das ist ein Verbot. Sehr schönes Bild. Ich bin gerade der FC Davos schauen, letztens. Ja. Fünfte Liga. Und die spielen auch auf so einem Platz. Wieso gehst du da? Also du bist nicht jetzt extra auf Davos gereist, gerade der FC Davos? Jedes Spiel vom FC Davos. Heim und auswärts. Nein, das stimmt nicht. Nein, ich bin für einen Bericht, für das Zwölf bin ich da drin. Das ist vor allem im Eisstadion und dort haben sie auch so einen alten, aber weisst du, nicht so einen Rasen, man würde ihm heute nicht mehr Kunstrasen sagen, man würde sagen, der Rasenteppich, den man auf dem Balkon hat im Ferienhäuschen. Wissen Sie welchen? Ja, ja, der knallhellgrüne. Ja, genau. Und der hat dann wirklich, weisst du, da stehen so Falten auf und es hat so Löcher drin. Okay, das ist aber wirklich richtig gefährlich. Apropos Davos, in zwei Wochen da bei uns der Arno Delgurto. Was für eine Überleitung. Tom, du hast die FC Davos geschlecht nur wegen dem Arno Delgurto. Er ist ja im Gespräch als neuer Sportstück vom FC Davos. Wir freuen uns sehr auf ihn. Danke dem Dominik Heisenringer, dass er da war. Du hast jetzt nichts verraten, was du jetzt vom Gapur nachher in den Koffern bist. Nein, ich sehe es, dann gehöre ich es dir. Immer noch weiter am Rand. Du kannst jetzt Petarden, kannst du jetzt anziehen. Du darfst sie anziehen, sehr gut. Seit dem, der erst gerade Tischbomben angezündet hat. Haben wir nicht gesagt, das bleibt unter uns. Stimmt. Stimmt, scheiße.